Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video Ich habe richtige coole Sachen für euch am Start Zum einen, wir werden heute final upgraden Und wir haben zwei richtig interessante Clan-War-Angriffe, die ich gerne mit euch analysieren möchte Sind beide von mir, beide vom letzten Clan-War Ich habe jetzt viel in den Kommentaren gelesen, dass ihr Clan-War-Videos wirklich cool findet Von daher schaue ich natürlich auch, dass wenn wir in den Clan-War machen, dass ich euch das mit in die Videos reinbringe Und ja, zum einen, ich habe extra gewartet, schweren Herzens Ihr seht, 5 von 5 Bauarbeiter sind wieder frei Das heißt also, dass meine nächsten 5 Goldminien-Elexiersammler fertig sind So ist es auch und bevor wir jetzt mit den letzten weitermachen Gibt es richtig schön viel wieder außen abzubauen Eine Juwelienkiste gab es, diverse Stämme und Pilze Also da muss ich sagen, kommt es mir fast davor Dass das für 5 Tage wirklich viel ist, was da gedroppt ist Also dass das die sonst nicht so war, in dieser Hülle und Fülle Aber mir soll es recht sein, es gibt ja Diamanten raus Wir sammeln jetzt hier erstmal alles ab Und können dann auch gleich die 2 letzten anstoßen Schauen wir mal, Bauarbeiter sind wieder frei Dann dürfen die hier gleich wieder weiterschuften Und auch hier haben wir noch einen frei Und ihr seht, ihr ist schon wirklich Ja, das waren mindestens fast 10 Objekte, die da neu hinzugekommen sind wieder Und mir soll es recht sein, also ich habe kein Problem mit Und was man auch feststellt, oder was ihr mir ja auch geschrieben habt Was ich so leider bejahen kann Bei dem Baum, wo ich ein Geschenk, ich nenne es mal, abgebaut habe Ist nichts Neues hinzugekommen Weswegen ich jetzt bei meinem zweiten bisher noch nichts gedrückt habe Auf das eine Geschenk Ich weiß nicht, ob jetzt noch eins dazukommt Ich fände es sicher ganz cool Ist weniger das Elixier wegen, sondern einfach, weil es cool ausschaut Aber da hat sich bis jetzt leider noch nichts getan Gut, jetzt haben wir das Und jetzt müssen wir schauen, wo die letzten sind Hier haben wir noch eine Goldmine Die stoßen wir direkt an Und hier haben wir noch einen Elixiersammler Und wenn wir jetzt in den Bearbeitungsmodus wechseln Sollte im Normalfall da stehen Dass wir 5 mal auf 12 Elixier haben Und 5 mal auf 12 Gold Das heißt, das ist insoweit dann alles fertig Und ein paar von euch haben mir den Tipp gegeben Was ich mir dann auch gesagt habe Hey, klar, setze ich um Möchte ich auch machen Dass ich mit dem überschüssigen Elixier jetzt Mauern upgrade Das heißt, dass ich mich um die Mauern Level 9 kümmere Davor machen wir aber noch ein paar Mauern mit Level 8 Ihr seht, wir haben fast 3 Millionen an Gold Mit einem Barge-Angriff ist da vielleicht sogar noch drin Dass wir die voll machen Also wir starten es erstmal durch Den Bereich habe ich jetzt vor kurzem was voll bekommen Ja, und jetzt geht es hier unten eben fleißig weiter Ist ein bisschen zäher, ganz klar Seitdem ich nicht mehr Elixier auch benutzen kann Aber muss vorangehen Und wir wollen ja Richtung gemaxte Basis gehen Dass dann Rathaus Level 10 immer näher kommt Und die Mauer auch noch Und dann würde ich sagen Stoßen wir gleich noch einen Barge-Angriff an Mit dem wir dann noch die 500.000 voll machen Vorher Premiere Kümmern wir um 4 Mauerstücke Level 9 Sehr, sehr nice Und da fangen wir einfach mal hier an Nummer 1 Boah, das hat schon was Nummer 2 Nummer 3 Und Nummer 4 Sehr, sehr nice Das sieht auf alle Fälle richtig schick aus Und hat was Gar keine Frage Ja, und wir stützen uns jetzt kurz mal Einen klassischen Barge-Angriff schauen Dass wir noch ein bisschen Ja, Elixiert denke ich wird schwer Dass wir das auf 1.000.000 hoch bekommen Aber Gold sollten wir doch schaffen Dass wir das einigermaßen noch hochgestuft bekommen Auf die geforderten 500.000 Wenn wir jetzt nicht zu viel rausblasen Heute ehrlich gesagt noch gar keinen Angriff gemacht Das heißt, ich weiß auch gar nicht Inwieweit der Farm gut bzw. schlecht ist Und der ist nice Da schlagen wir direkt zu Schwache Mauern Schön viel in den Sammlern drin Schön inaktiv gewesen Da freut sich ein Alex Und die zweite Sache gleich hier drüber Ich denke, da müssen wir nicht mal die Helden bemühen Wir schauen uns einfach mal, was wir außen wegbekommen Aber das schaut doch ganz vernünftig aus Warum hier nochmal ein paar Barchies So Da drüben soll es das Alex hier rausgehen Und beim Gold schaut es uns soweit auch ganz vernünftig aus Vielleicht hier nochmal ein paar Barbaren zum Tanken Und dahinter noch ein paar Bogen Dass wir auch das restliche rausbekommen Hier oben haben wir es noch einmal Alex hier Das bearbeitet wird Da gehen die zwei Bogens auch noch dazu Kriegen sie noch einen kleinen Support Mit den Barbaren zum Tanken Und hier unten Haben wir noch ein Gold Baby Das ich mir auch nicht hingehen lassen will Das setze ich jetzt einfach geschwind die Bogenschützenkönigin Und zünde die dann im schlimmsten Fall auch gleich Kanone sollte easy down gehen Und jetzt können wir uns noch hier Die Bogenschützenkönigin gleich gezündet 44% Ja ich muss ein bisschen auf Pokale gehen Weil ich bin schon wieder Weit hinten Was einen eventuell kommenden Clan wo angeht Sodass ich dann jetzt hier doch noch ein paar Truppen setze Dass wir die Kasernen außen noch abräumen Und sobald wir dann die 50% haben Können wir den Kampf auch beenden Richtig richtig nice für Loot Und die 500.000 Gold easy voll gemacht Und jetzt machen wir Jetzt wollte ich schon den nächsten Mauerlevel 9 machen Aber nein wir machen jetzt hier mit Level 8 weiter Und es fehlen nicht mehr so viele Also es fehlt noch der eine Bereich hier unten Der eine hier oben Und hier unten fehlen noch ein paar Und ja die ersten 9er Mauern haben schon was Und danach 3 Millionen ist natürlich auch eine sexy Sache Auf Mauerlevel 10 Das ja ist auch Ziemlich krank Also da finde ich müsste was passieren Also die Mauerpreise Man merkt doch oft jetzt bei gemaksten Bases Im hohen Bereich Dass die das auch schon nicht mehr machen Aber ich denke Ja Ob ich es wirklich durchziehen soll Alle auf 9 Also ihr könnt mir die Mauer Die Meinung in die Kommentare schreiben Ob ihr sagt Mach das doch bevor du im Rathaus hoch geht Aber ich glaube mir reicht es wirklich 8 Also ich habe da nicht die Geduld Bin ich ganz ehrlich Wo ich aber gerade drauf spare Ist auf 60.000 Dunkles Dann möchte ich nämlich gleich die Walküre Auf den Level 3 anstoßen Wo sie auch nochmal gut gepusht wird Und wir schauen jetzt mal Wie es in den Clan-Wars momentan ausschaut Leider nicht gut 50 zu 75 Wir haben zwar 5 Angriffe weniger Aber haben es wieder mit einem Unglaublich starken Gegner zu tun Ihr seht hier 60 gewonnene Clan-Wars Und was das Ganze noch erschwert Wir haben einiges an Rathaus Level 10 an Sage und schreibe 22 Stück Und ja wir starten gleich mal durch Mit meinem ersten Angriff Auf den Rathaus Level 10 Der leider schief ging Ich wurde aber bekräftigt Was ihr jetzt ja auch gerne nochmal analysieren könnt Dass er eigentlich gut war Und das mal wieder Wir schauen uns die Packers genau an Die Packers schuld waren Also ich habe jetzt überlegt Was kann man am besten Gegen Multi-Infernus machen Wenn man keinen Freeze hat Es müssen Einheiten sein Die viel HP haben Also viel Leben Das sind Golems Das sind Packers Das sind Lava Hounds Gegen die Luft Taktik habe ich mich dagegen entschieden Habe mich dann also gesagt Golem-Wizard-Widges Ja Witches mit Multi-Inferno Auch vielleicht super optimal Sklette werden schnell gegrillt Also habe ich mich für das klassische Golem-Wizard-Pekka entschieden Und bin dann von dieser Seite reinmarschiert Und ihr seht Der Kampf ging leider nicht so lange Ich habe jetzt die Golems Gleich mal gesetzt Einen schönen Fünfer wieder bekommen Zum Tanken Und ganz klassisch Mit den Mauerbrechern hinterher Um den Weg ein bisschen frei zu machen Dann kamen die Clan-Truppen Habe meine Mage hinterher Blitz hat ihn soweit auch gut gesetzt Ähm Sind so gut wie alle ausgesetzt Jump War auch richtig gut Also hat alles mitgenommen Habe die Helden hinterher Außengebäude waren dann insoweit Auch schon schön abgeräumt Sodass ich dann recht bald Auch schon meine Pekkas gesetzt habe Und jetzt denkt man Jo Schaut gut aus Ihr seht die Infernus Bringt der Heel nichts Deswegen habe ich mir ihn aufgespart Und die Pekkas Jetzt haben wir sie Sie hüpfen rein Über die erste Mauer Alles okay Laufen Jetzt am Jump-Spell vorbei Jetzt habe ich in Wut drüber gehauen Die Golems schalten es auch hier aus Noch und jetzt Seht ihr Zwei Pekkas sind drin Alles top Ich habe mich für viel entschieden Machen hier weiter Gehen auf die Teslas Und jetzt passt auf Jetzt passt auf Schaut Genießt Genießt diesen Pekka hier Genießt was er macht Er benutzt nicht den Jump-Spell Er haut auf ein Mauerstück drauf Obwohl das Rathaus neben ihm steht Obwohl Teslas neben ihm stehen Und haut einfach auf dieses Mauerstück drauf Mir unerklärlich Ähm Kein Kommentar Barbarenkönig hat es hier noch Einen ganz guten Job gemacht Bogenschützenkönig war noch am Start Ich habe sie dann noch gezündet Aber Ja für die 50% hätte ich mir noch Was außen aufheben müssen Ich wollte aber eben Voll aufs Rathaus durchziehen Und Was soll ich sagen Diese Pekka-Aktion ist für mich Wieder unerklärlich Und ist wirklich fies Wenn wir uns den Pekka mal Nochmal genauer anschauen In der Kaserne Was hat der Pekka Ist Pekka ein Ricker Ein Samurai Ein Roboter Niemand weiß es Pekkas Rüstung absorbiert selbst Die schweren Treffe Nur gegen Elektrizität Bietet sie wenig Schutz Man müsste vielleicht auch hinschreiben Dass sie nicht die schlauesten sind Das hat sich Supercell aber nicht getraut Und wenn wir jetzt mal Meinen zweiten Angriff anschauen Der war Ja Eigentlich gut War gegen eine gemaxte Rathaus Level 9 Base Aber ich musste auf Oder wollte auf 3 Sterne gehen Ihr seht 92% Habe ich bekommen Also für 3 hat es leider nicht gereicht Habe mich jetzt hier Für Golem Without Witches entschieden Und ganz klar Weit ist der Weg zum Rathaus Wenn ich 3 Sterne will Also habe ich von unten angegriffen Hatte klassisch Heal, Wut Blitz Und Jump dabei Die Golems richtig schön Weit auseinandergesetzt Gleich in die Mitte Die 4 Hexen Und 5 waren es glaube ich sogar Und dahinter dann Meine Magier Hexen Habe ich jetzt auf Level 2 Die Sklette breiten sich Richtig schön aus Dann habe ich die Mauerbrecher Hinterher gebracht Um den Golems Und den restlichen Einheiten Schon mal ein bisschen Platz Zu machen Habe mir ein paar Magier Noch aufgehoben Jump Spell ins Zentrum gesetzt Es kommen die Clan Truppen Die wurden dann wieder Frech geblitzt Hat auch so gut wie alle erwischt Jetzt nicht alle Aber war okay Ein paar Magier waren noch am Start Aber dahinter kamen noch meine Hexen Die fleißig weiter produziert haben Golem rechts und links Haben auch schon weggetankt Was insoweit völlig in Ordnung ist Ins Zentrum jetzt Marschieren sie langsam rein Barbarenkönig habe ich gezündet Und jetzt hüpfen auch alle Schön in die Mitte Inklusive Golems So dass das Rathaus Wirklich schön fokussiert wurde 5 Magier Immer noch in petto gehabt Hätte vielleicht ein paar Schweinereiter mitnehmen sollen Und ein paar Magier weniger Um wirklich die 3 Stelle zu bekommen Rathaus ging dann wirklich Recht easy down Golems entscheiden sich Wieder raus zu hüpfen Und außen rum zu laufen Und auch die 50% Waren kein Problem Und wenn wir jetzt mal Ein bisschen vorspulen Es war am Ende sogar noch Recht klappt Es hätte fast geklappt Mit der Bogenschutz und Königin Es war noch die Mini Golems am Start Die dann gut was weggetankt haben Und auch einiges Klette Wie wir hier rechts sehen Die haben dann noch Einen guten Schaden gemacht Wenn wir jetzt mal wieder Zur normalen Zeit gehen Damit wir Riesenbomben Die leider der Bogenschutz und Königin Gut zugesetzt haben Hier oben ist noch richtig viele Klette Klette Und eine Hexe Die ist aber ausgeschaltet wurde Mit einem Magier Und am Ende Hat es dann leider nicht mehr ganz gereicht Die Sklette haben wirklich einen schönen Schaden gemacht Aber der eine Die zwei Bogentürme Haben uns dann am Ende Einen Strich durch die Rechnung gemacht Man sieht hier auch schön Der schneller feuernde Bogenturm Ihr wisst ja Feuer doppelt so schnell Und dadurch werden natürlich auch Große Mengen Wie Sklette Wie die kleinen Mini Lava Hounds Also wenn der Lava Hound stirbt Schneller ausgeschaltet Und das war auf alle Fälle effektiv Und ich denke Gegen den gemakste Rathaus Level 9 War es okay Vielleicht Wenn ich wirklich Schweine mitgenommen hätte Fünf Stück mit einem Heel Klassisch Und dann nachher von oben gekommen wäre Oder von der Seite Und die zwei Bogentürme ausgeschaltet hätte Hätte es funktioniert Wobei dann vielleicht auch Die Mage wieder gefehlt hätten Also das ist immer so eine Sache Aber hätte man ausprobieren können Hat es leider nicht ganz geklappt Aber war denke ich Im Großen und Ganzen ganz okay Und ja Gewinnen werden ihn leider nicht Also da müsste schon Ein kleines Wunder passieren Und Wenn wir uns mal die Rathaus Level 10er durchgehen Ihr seht hier Vier wurde kein Stein geholt Fünf wurde keiner geholt Sieben keiner Acht keiner Neun keiner Zehn keiner Zwölf keiner Dreizehn keiner Vierzehn keiner Sechzehn keiner Achtzehn keiner Schaut da nicht gut aus Ich habe mich ja selber auch nicht besser geschlagen Also ich habe ja auch nichts gerissen Schade ist halt immer nur Wenn die Leute die wirklich ganz oben sind Da nichts reißen Es ist schwer Gar keine Frage Und ich muss mich jetzt auch wirklich Für den nächsten Clanwoar bemühen Wenn ich dabei sein will Doch aktuell wäre ich dabei Sind wir 34 Leute Ja muss man mal schauen Ob man da vielleicht mal wieder Etwas leichtere Gegner bekommen Mit Weihnachten Es wird dann so ein Weihnachtsklanwoar Und das war es Zum heutigen Video Würde ich sagen Ich hoffe natürlich Dass es euch gefallen hat Wenn dem so ist Lasst doch gerne einen Daumen hoch da Wenn ihr sagt Ihr habt Bock auf mehr Gleich auf Glanz Dann gönne auch ein Abo Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Macht's gut Bis dann Ciao Ciao